Perfekt. Projektor, ein Kontrollfeld und eine Batterie, eine kleine zumindest mal. Computer und eine kleine Batterie, so und Schmol-Batterie. Mit dem Platin können wir jetzt nämlich Ion Thruster bauen, also normale Triebwerke. Und genau das ist das, was wir für den Grinder oder Welder, je nachdem, kann man ja umfunktionieren, benutzen müssen. Ich glaube, das ist eh das einzige, was uns jetzt gefehlt hat. Oh, ein Computer noch. So, jetzt aber. Perfekt. Projektor-Baupläne. Einen Frachter hatte ich leider keinen, deswegen Welder. Äh, ja genau. Wir nehmen den Klassiker. Nee, eigentlich, genau. Hoch. Und dann brauchen wir bitte nur... Buildable Blocks. Ach du Scheiße. Okay. Okay. Da werden wir also ein bisschen was in Produktion geben müssen, ne? So. So. Brücke. Wir brauchen... Kleine Förder. So. Zuerst mal brauchen wir einen kleinen großen Container. Wären wir sicher zwei brauchen. So. Den brauchen wir. Okay. Jetzt aber die richtige Seite, oder? Oh. So. Ich weiß, wie ich das jetzt mache. Ich mache hier einfach die Tür zu. So. 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 Ich weiß, wie ich das jetzt mache. So. Dann machen wir den mal aus. Müssen wir ja jetzt. Ähm. Batterien werden wir natürlich, äh, noch einige brauchen. Das ist jetzt ungünstig, weil ich glaube, wir kriegen... Also bei den Elite weiß ich es nicht, ob wir die... Ja, da kriegen wir die Energiezähne nämlich auch nicht zurück. Nö. Das ist blöd. So. Kleine Blöcke. Okay, das waren 100. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Das geht schon eher. Da brauchen wir aber die hier gar nicht. Und... Computer brauchen wir nur einmal. So. Und wir brauchen jetzt noch Stahlplatten. Achso, wir haben eh wieder ein bisschen was im Inventar. Also ich hoffe, so ein bisschen bauen und so ist okay, weil wenn ich das alles rausschneiden würde, dann... Das brauchen wir natürlich nicht. Motoren sollten wir noch mitnehmen. Hoppala. Die haben wir da drin. Mit dem Schweißschiff ist natürlich das andere dann auch... äh... ...easy-going. Mit dem Schweißschiff ist natürlich das andere dann auch... äh... ...easy-going. ... ... ... ... ... ... ... Oh, das ist Unknown Technology, okay. Das ist natürlich nicht gut und interne brauchen wir auch, sind wir da schon wieder out of order, intern habe ich ja gott sei dank ein bisschen, bisschen was vorbereitet, eigentlich ja fürs andere Schiff, aber naja, so. Aber hier kommt man auch raus, ne. Das ist alles Technology, die haben wir noch nicht. Das ist scheiße. Ich habe keine Stahlplatte, okay. Jetzt werden wir das mal wieder ausmachen. Projektor aus. Und hier brauchen wir Herstellung, Stahlrohr klein, Stahlplatte, okay. So. Und da vorne lang. Äh. Erstellung. So. Oh, hier sind gott sei dank noch ein paar, äh, Sicherheitstore, das ist gut. Oh. Das mögen wir nicht. Ähm. 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 Oh. Strong Announce. Hm. Ist leider zu weit weg, ne. Ähm. Hm. Hm. Okay, darüber kann ich mir jetzt später gleich Gedanken machen. Jetzt schauen wir mal, dass wir vielleicht da oben weiterkommen, irgendwie. viel. Cool. Ähm. Ich depp. Manchmal, ne. Und anzeigen. Das heißt, ich muss jetzt mal versuchen einzusammeln. Oh. Oh. Das ist ja sogar gut gegangen. Oh ne. Ähm. Da sind die wichtigen Sachen. Gut. Okay. So. Bam, 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 bam. Das ist schon mal gut. Bohrer. Oh, ok. Den kann ich bauen. Und den Schweißer, äh, anscheinend noch nicht, ne. doch auch. durch das Fahrwerk. Schweißgerät. Triebwerke gehen jetzt auch, sehr gut Da haben wir Skyro dran So Ob wir überhaupt so viel Stahlplatte Stahlrohr groß Projektor aus Stahlrohr und Triebwerkskomponenten Also Triebis müssen wir ordentlich herstellen Da bin ich mal gespannt, wie lange da unser Platin für reicht Huch Produktion Reaktor Okay Okay, wir haben nicht genug Eisen Na herrlich Also 900 brauchen wir, okay In der Zwischenzeit sollte ich schauen, dass ich mal hier So blöd es ist, das Glas auch verwurste So So Ja gut, 100 Triebwerkskomponenten sind jetzt nicht die Welt Ja, das ist ja klar Aber ich glaube für ein Großes brauchen wir 12 Wenn mich, wenn ich jetzt nicht alles getäuscht hat Schauen wir mal Ja Also von daher Bin ich optimistisch So Stahlrohr groß Haben wir Nicht mehr wirklich viele, ne Da unten auch nicht Da werden wir auch nochmal welche herstellen Das geht sich dann natürlich wieder hiermit nicht aus Naja, das lasse ich jetzt noch durchlaufen Vielleicht kriegen wir ja hier irgendwo Ah, aus den Triebwerken Unten kriegen wir noch was raus Das auf jeden Fall Mich wundert es, dass ich gerade nicht gestorben bin Ähm Die Triebwerke Es tut schon ein bisschen im Herzen weh, das zu machen Ja Sie hat gut gekämpft Sie hat gut durchgehalten Ich glaube sie Ja Hat sich echt gut bewiesen Aber leider Um unser Überleben zu sichern So Stahlrohr Okay Okay Ja Mein Gott So Ich hab die aber schon auf Voll sichtbar, oder? Normally Full Wie sie aber immer können So Dann legen wir das mal ab Und besorgen uns noch ein paar Stahlrohr Würde ich sagen Teuf Auf 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 Vielen Dank.